Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Granny Simulator auf meinem und MeinKings Kanal Ja, hi Ja, heute spielen wir mal das Halloween Level Wir wissen nicht, was auf uns zukommt Und dann würde ich sagen, Leute Habt jetzt viel Spaß mit dem Video Yeah, it's Halloween, baby Ich glaube, es gibt Energie, aber irgendwie kann ich nicht sprinten, hä? Kannst du nicht sprinten? Nee, wenn ich Schrift drücke, passiert halt einfach nichts, ne? Backe, backe, Kuchen Becke hat gerufen Wie geht das weiter? Ja, kennst du das noch? Kennst du das überhaupt? Hallo Machen wir mal ein paar Cookies für dich Nein, ah Ey, laden wir mal die scheiß Cookies Boah, jetzt fliegst du euch mal ne Runde Du hast dich schon die Schuhe geholt, oder? Nee, noch nicht, aber trotzdem Du fliegst dich nochmal Nein Ah, boah, Alter Lockschrott, Alter Hast du gesehen, wie ich so krass zurückgelegen bin Und dann wieder so aufgeregt habe Hast du diesen Affen schon gesehen? Ja, ja, da kann man gambeln Das ist creepy Meine Maus ist auf meinem anderen Monitor Hilfe Oder ist das hier so umbackt? Ich dachte, hier liegt ne Handgranate auf dem Boden Oh, oh, oh Moin Oh, oh Passt dich einfach an den Kürmiskopf Was, ich hatte keine Energie? Scheiße Oh mein Gott Oh, du kannst doch nicht meine Kekse verbrauchen Oh mein Gott Komm, beleil Knell Alles deine Schuld Boah LoL Ah, hier liegt das Das liegt ja am Arsch der Welt Scheiße Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, da ist ne Puppe in der Aua Guck die mal an, die Puppe hier Die bewegt sich immer noch so Übel creepy Oh Gott Der ist einfach abgeprallt Ja, wirklich Das ist creepy Ah Oh Gott Mann, Alter Boah Wie ich immer so einen Spin mache Das sieht so geil aus Er tut es W-what Was Also, du kannst hier halt Dingens noch Aua Warte kurz Kannst hier nicht platzi- Nein Nein Ein Platzi ist hingefallen Oh nein Ich hoffe es hat jetzt keine Konsequenzen Sonst sind wir am Arsch Step 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 Oh yeah Ah Es jagt mich Ja Ja Und Ah Hilfe Du musst die Polizei callen Aua, ich bin hingefallen Ja, das ist dumm Ja Aua Okay, ich werde dich im Moment noch nicht angreifen Dann kannst du dich auf deinen Task konzentrieren Ne, wie kann ich kochen? Achso, du musst erst in die Ingredients packen Die sind so grün Ah, die Eier sind im Kühlschrank Genau Ich habe Demenz Ich weiß noch nicht, wie das geht Tch Bein, ne? Oh Hahaha Das ist dümmer, ne? Oh Zack Du bist einfach irgendwie komisch nach unten weggeflogen Ja, wirklich Richtig komisch Was passiert, wenn ich dich mit dem Glas treffe? Ich glaube Ich fall vielleicht um Ähm Äh, das passt nichts Was ist nichts? Was ist die Oh Ah Ich fange Ich fange Äh 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 Wie du da rumspinst Ja, wirklich Oh, Alter Mir geht es nicht gut, Oma, mir geht es nicht so gut. Ist gleich fertig, ne? Zack. Oh, danke. Oh mein Gott. Alter, endlich bin ich wieder normal. Ich habe dir doch nur gefoolt. Da wird das nicht. Oh, Alter. Das stört hier alles, Mann. Bei mir sind die Kekse nicht da. Mann, Oma. Ja, nicht. What? Das Spiel ist, glaube ich, ein bisschen cursed, Alter. Mein King, komm mal her. Was sind jetzt die Cookies? Hast du die jetzt? Nö. Die sind weg. Ja, scheiße, dann können wir das nicht fertig spielen jetzt. Ah, ich habe meine Taske nicht gelesen. Ja, ich habe jetzt, weil ich die Kekse gebacken habe, jetzt ist es... Let's put some Halloween candy out of the trick or trees wheel. Oh. Achso, du musst die... Ach, stimmt, du musst die Süßigkeiten in deinem Zimmer holen. Und die so auf die Tür stellen. Was? Ja, das müsst ihr auch machen. Weil das Spiel ist zu... Das Ding ist, das macht das Spiel noch viel... Es ist ja eigentlich nicht so extrem gruselig jetzt. Aber weil die ganze Zeit so weirder Scheiß passiert, ist es so extrem gruselig. 0 HP? Wie hast du dir gerade selber 0 HP abgezogen? Ne, ich habe irgendwie... Ne, ich habe irgendwie Pillen gefressen. Ja, okay, perfekt. Hört man den Helikopter bei mir mitbekommen? Ich hoffe nicht. Bro, was? Ich habe dir unter den Beinen durchgeschissen... Äh, geschlossen. Geschissen, Alter. Unter mein Bein durchgeschissen, Alter. Achso. Okay, ich weiß... Ich hoffe, dass die anders... Ich hoffe, dass die anders gruselig, Junge. Ich weiß. Das Ding ist, ich muss irgendwo, glaube ich, die Police callen. Aber ich habe halt keine Ahnung wo. Ich hoffe, ich schaffe das. Vorne safe am Eingangstor. Wahrscheinlich, ja. Okay, du gibst mir einfach Bescheid, wenn du das Ritual gemacht hast. Ich glaube, es steht zwar bei mir auch. Dann bist du was? Aus dem Spiel? Ne. Da steht... Hey, im Chat steht... Red Phoenix YouTube left the game. Und dann Unterstrich, Doppelpunkt... Hey, 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 hey. Hey, bei mir stand da... Mikey left the game. Das war noch was im Vorhine. Ich habe... Achso, Alter. Digga, das Viech ist so gruselig. Ist so. Die Puppe steht! Ist das Ding jetzt raus, das Viech? Du sagst mir Bescheid, wenn, ne? Alter, ich bin gerade richtig nervös. Was? Light the candles to complete a ritual. Ja, genau. Ich höre schon Monster-Sounds. Von wo kommen die? Hä? Das spawnt doch gleich in meiner Fresse, oder nicht? Wahrscheinlich. Ich höre das aber auch. Was, du Hölle, ist das? Haben das gruselig, dass die Puppetit... Hä, es ist da! Wo? Es rennt da herum. Hä, da vorne ist gerade bei der Tür geplatzt. Ich komme nicht auf die Couch, Hilfe. Hä? What the fuck? Pumpkin-Headskin unlocked. Ich bin so verwirrt. Ich habe so viele Fragen. Mit dem verwirrten Viking beenden wir dann heute die Folge. Lasst uns gerne einen Like und einen Abo da haben, würde ich sagen. Hau da rein. Ciao, ciao. Tschüssi. Outro. Outro. Bis zum nächsten Mal.